Hallo liebe Zuschauer und seid gegrüßt zu Märkte und Trends am Morgen. Die Themen der heutigen Sendung sind DAX, NASDAQ 100, NVIDIA und Apple. Kurz vorweg, falls euch unsere Videos, Handelsideen und Analysen soweit gefallen, lasst ein Like da, die Glocke aktivieren und den Kanal abonnieren, damit ihr kein Video von uns mehr verpasst und natürlich auch gerne Kommentare hier unter das Video schreiben. Teilt uns doch eure Meinung zu den hier besprochenen Werten mit. Ich begrüße bei mir im Studio Samir und Andreas vom Märkte und Trendsteam. Guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen, Boris. Heute sind die Amerikaner wieder ab dem Nachmittag mit am Start, ab 15.30 Uhr. Gibt es dann mehr Bewegung im Markt als gestern? Es ist damit zu rechnen, dass es mehr Bewegung gibt, wobei wir gestern beim DAX relativ viel Bewegung gehabt haben. Der Markt ist 200 Punkte nach unten gegangen und hat das komplett wieder eingefangen. Wir sind also jetzt wieder ganz in der Nähe des Allzeithochs. Wir merken aber auch, dass das Vorankommen beim DAX nach oben auch schwierig ist. Es wird auch mit den Amerikanern nicht einfacher werden, weil natürlich nach so einer riesigen Bewegung nach oben die Tendenzen irgendwann zunehmen werden, hier die Stangen rauszuziehen. Vor allem dann, wenn der große Verfallstermin am 20. September vorbei ist. Wir haben ja jetzt noch einiges an Daten. Wir haben die EZB-Sitzung nächste Woche, wir haben die FET-Sitzung dann übernächste Woche und wir haben kurzfristig diese Woche Arbeitsmarktdaten. Donnerstag, Freitag jeweils ein Arbeitsmarktbericht und wir haben das Basebook morgen. Wir haben heute noch Einkaufsmanager in den USA. Also eine ganze Menge Daten, die auf uns zukommen werden, aber letztendlich wird es so sein, der Markt wird natürlich irgendwann mal von Gewinnmitnahmen gezeichnet werden, denn es ist ganz klar, solche starken Anstiege müssen irgendwann da mal konsolidiert werden. Dass es momentan nicht passiert, hängt ganz sicher auch mit diesem Terminmarkt zusammen, wo Kurse letztendlich auf einem bestimmten Level festgeschrieben werden wollen, von den Marktteilnehmern, den Stillhaltern beim Optionsmarkt und natürlich auch den aktiven Teilnehmern, die kämpfen da jetzt um bestimmte Preismarken. Wir haben uns jetzt überlegt, dass wir hier eine Absicherung für den DAX uns reinnehmen werden. Da ein Zertifikat haben wir uns dazu auch entsprechend auch schon rausgesucht und das ist jetzt auch eingeblendet mit der Kennenummer UL3WY3, Faktor 4, also Hebel 4. Wie gesagt, das ist eine Absicherung. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass der DAX jetzt einen Sturzflug übergeht oder sonst was, aber ich habe es jetzt gerade schon mal gesagt, es wird so sein, dass wir ganz sicher mal eine Korrektur, wenn auch kleinere Art, im DAX erleben werden und da werden wir uns natürlich dann positionieren, wo es aber nicht heißt, dass wir das heute schon tun werden. Ich habe ja gerade gesagt, es ist durchaus möglich, dass der DAX sogar noch ein bisschen weiter kleinteilig nach oben taktet, aber wir werden das dann zum gegebenen Zeitpunkt natürlich machen. Sami, sag doch mal ein bisschen was zu dem Thema mit der Absicherung, was ihr dort genau vorhabt. Also ganz wichtig, wir werden das jetzt nicht heute direkt absichern, sondern wir haben uns das Zertifikat erstmal rausgesucht und wie Andreas gesagt hat, eine mögliche Absicherung. Wir haben ja auch ein paar spannende Events und Highlights. Zum einen heute auch noch wichtige Wirtschaftsdaten. Und zwar Dienstleistungssektor und Verarbeitende Gewerbe, glaube ich. Genau, 15, 45, 16 Uhr. Da werden wir uns auch nochmal die Märkte in Ruhe anschauen, ohne dass wir vorher positioniert sind. Aber wir haben jetzt noch am Freitag beispielsweise die Arbeitsmarktdaten, die rauskommen, also die NFP-Daten, die von hoher Bedeutung sind und die durchaus auch für größere Bewegungen noch an den Märkten sorgen können. Wir sehen, dass der DAX wirklich schon sehr stark gelaufen ist. Knapp 11, 12 Prozent. Das ist eine ordentliche Bewegung, die wir gesehen haben. Und der Faktor 4 bedeutet letztendlich, wenn jetzt der Index mal 1 Prozent doch sinken sollte oder gehen wir mal davon aus, er würde nur 3 Prozent korrigieren, was ja vollkommen in Ordnung und legitim ist, dann könnten wir eventuell auch hier zwischenzeitlich mal mit dem Faktor 4, also 12 Prozent plus machen. Das wäre allerdings nur eine Absicherung. Wenn man sehen würde, dass der DAX weiter über die Marke nachhaltig und zwar sehr stark über die 19.000 drüber hinauslaufen würde, dann würden wir halt tatsächlich die Absicherung rausnehmen. Man hätte dann sozusagen eine Versicherungs- oder die Prämie der Versicherung bezahlt, die praktisch jetzt nicht unbedingt sinnvoll war, aber trotzdem für eine Absicherung bezahlt wurde. Und dann hat man ja noch sehr viele Long-Positionen offen. Also wir haben ja noch die Nasdaq 100, wir haben die Apple, beziehungsweise Werte, die wir noch besprechen, aber vieles auf der Long-Seite. Und die würden ja dann praktisch als Gegengewichte noch stärker dann performen. Sami hat gerade den Nasdaq 100 schon angesprochen, Andreas. Ist weiterhin bei euch im Depot und soll es momentan noch bleiben? Genau, also hier gilt natürlich das Gleiche, wie es für den DAX gesagt ist. Auch die Amerikaner haben natürlich diesen großen Verfallstermin. Und auch hier werden bestimmte Kurse natürlich in den Fokus gerückt werden. Wenn wir natürlich jetzt sagen, der DAX Richtung 19.000, vielleicht sogar auch noch ein bisschen mehr, dann ist es natürlich bei der Nasdaq so der Bereich von 20.000 Punkten. Eine runde Marke ist eigentlich immer etwas, was anzieht. Das ist bei der Nasdaq jetzt gar nicht so viel, das sind etwas mehr als zwei Prozent, die sie durchaus in einer halben Tagessitzung absolvieren kann. Und deshalb bleiben wir natürlich in der Nasdaq erstmal investiert. Wir sehen, wie gesagt, hier kurzfristig noch ein bisschen Potenzial. Der Unterschied im Übrigen zum DAX ist, dass wir bei der Nasdaq hier ja keine unkorrigierte Aufwärtsbewegung haben, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben hier schon wiederum eine Zwischenkorrektur gehabt. Insofern haben wir nicht so einen sehr stark überkauften Zustand, wie es eben beim DAX der Fall ist. Insofern könnten wir eben entsprechend nochmal versuchen, die 20.000-Punkte-Marke oder vielleicht ein Stückchen mehr anzuvisieren. Hier ist nochmal das Zertifikat eingeblendet mit der Kennnummer UK1TQH. Aktuell liegt es mit 3,3 Prozent bei uns im Plus. Der Faktor ist 3. Wir haben jetzt gerade erklärt, wie das funktioniert. Also Hebel 3. Genau, das Gleiche gilt natürlich auch für den Nasdaq 100. Auch da haben wir uns ja eine Strategie überlegt, was wir eher dafür nutzen in einem Bull-Markt, in dem wir uns ja auch gerade aktuell befinden. Und wir sind ja nach wie vor noch in dieser Tech-Story mit drin. Wir haben beispielsweise ja auch am 9. September das große Apple-Event. Nvidia noch weiterhin sehr spannend, das Thema. Microsoft, Amazon, das werden noch weiterhin die Kurstreiber sein. Deswegen nutzen wir die Gunst der Stunde, wenn es immer wieder Rücksätze gibt, auch mal wieder ein bisschen einzusammeln. Also ähnlich wie so einen kleinen Ansparplan. Das ist uns auch recht gut gelungen, weil wir waren auch zwischenzeitlich mit dem Zertifikat am 5. August mit diesen Marktverwerfungen ausgelöst durch den Carry Trade praktisch dann im Minus, haben aber weiterhin akkumuliert. Und wir sehen, dass wir dann halt zwischenzeitlich uns dann ganz gut rausgearbeitet haben und das Zertifikat jetzt mit 3,3 Prozent im Plus. Und Faktor 3, das reicht uns auch vollkommen aus, weil wir erstmal übergeordnet so die Ziele, die wir jetzt da anpeilen bei der Nasdaq 100, wie es gerade Andreas gesagt hat, ja so die ersten Ziele, so 20.000 Punkte. Nicht zu vergessen, dass wir noch am 18. September das ganz große Event haben. Das ist die Notenbank-Sitzung, also in Amerika. Und da wird es auf jeden Fall sehr spannend sein, ob es ein kleinerer oder größerer Zinsschritt sein wird, wie die Marktteilnehmer vor allem darauf reagieren werden. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Märkte insgesamt noch relativ robust bleiben, schon durch die Events, die wir noch unmittelbar vor uns haben. Und zusätzlich auch da wieder nahtlos übergehend in die Präsidentschaft zu fallen. Noch viel wichtiger ist, auch die Marktpsychologie so ein bisschen mal im Gesamten zu bewerten. Wir haben ja schon wieder kurzfristig und erneut, wenn auch jetzt wieder sehr viele stark überrascht worden sind, wir haben ja wieder eine 10-Prozent-Korrektur gehabt. Also, dass der Markt innerhalb von wenigen Wochen immer wieder mal 10 Prozent korrigiert, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Und von daher bleiben wir da optimistisch und versuchen auch hier weiterhin die Long-Seite stärker zu favorisieren. Aber halt nicht ausgeschlossen immer wieder mal, wenn es zu schnell geht und zu viel Momentum drin ist, mal vielleicht eine Absicherung mit reinzunehmen. Der DAX ist natürlich was anderes, mehr Old Economy-lastig, Export-lastig, aber dennoch absolute Sensation, wie der DAX sich entwickelt hat, sogar neue Rekordhückstände. Von daher bleibt der Bullenmarkt ja weiterhin vollkommen intakt. Mit anderen Worten, jede größere Rücksetzer könnte noch weiterhin interessant sein für den mittel- und langfristigen intakten Trend, wo wir uns auch gerade aktuell befinden. Für euch ist ja weiterhin auch noch die NVIDIA interessant. Das ist ja so die unangefochte Nummer 1 im KI- und Chip-Sektor. Am Wochenende wurde das KI-Training-Center, was so liebevoll Konlorsos genannt wurde, von XAI fertiggestellt und auch in Betrieb genommen. Das geschah in Zusammenarbeit mit NVIDIA und Dell. Und in ein paar Monaten soll dieses Ganze halt nochmal wirklich von der Größe her verdoppelt werden. Aber ich glaube, ihr erinnert euch noch daran, dass wir uns über diese Oracle-Geschichte vor anderthalb oder fast zwei Monaten unterhalten haben, wo dann der Deal mit Oracle geplatzt ist, wo dann Musk gesagt hat, ja, das ist zu langsam. Oracle hat gesagt, nee, das schaffen wir in dem Zeitraum halt nicht. Ach, nun steht das Ding. Und ist natürlich halt auch so ein Prestigeprojekt gewesen, oder nicht? Genau, also da tut sich auf jeden Fall sehr viel, auch was die ganze Zusammenarbeit betrifft. Das haben wir ja die letzten Wochen immer wieder mal hier aufgefasst, die Themen. Bei NVIDIA ist das so eine Sache, da streiten sich tatsächlich so ein bisschen die Geister und die Experten. Denn NVIDIA, stärker Rücksetzer, Marktübertreibung, kann überhaupt NVIDIA noch weiterhin diese starken Wachstumsraten mit auf den Weg bringen. Jensen Huang hat natürlich eine ganz klare Message. Und die Aufgabe von NVIDIA liegt natürlich darin, Datenverarbeitung stärker voranzutreiben und auch das Thema KI stärker voranzutreiben. Und die Computertechnologien, anders da formuliert, auch das übergeordnete Ziel ist es halt tatsächlich, dass Jensen Huang es zumindest mal anvisiert oder auch anpeilt das Thema, dass Programmieren in Zukunft nicht mehr erforderlich ist, um zu lernen, sondern dass jeder eigenständig programmieren kann, also Prozesse erleichtert werden und praktisch massentauglich zu machen. Das sehen wir ja beispielsweise an KI-Bildern oder auch an, ich sag mal, abrufbaren Möglichkeiten, was schon ChatGBT alleine ermöglicht. Die Daten, die sind halt erforderlich. Und um diese Datenmengen zu bekommen, auszuwerten, beziehungsweise halt informationsgezielt zu bekommen, braucht man halt natürlich auch hochwertige Chips. Und da ist halt nach wie vor Jensen Huang, derjenige, der das vorantreibt, wo er ja auch gerne das Ziel hinhaben möchte, ähnelt so ein bisschen die Geschichte von Steve Jobs, muss man an dieser Stelle sagen, der ja auch eine ganz große Vision hatte, was mobiles Telefonieren betrifft, dass man das alles aus einem einzigen Telefon bekommt. Die Vision ist ja letztendlich auch aufgegangen, von daher sehe ich das da jetzt im Moment nicht kritisch. Allerdings, vielleicht auch noch ganz kurz in diesem Zusammenhang, das Einzige, was man hier so ein bisschen kritisch bewerten sollte, ist tatsächlich, dass Nvidia halt, ich sag mal, ja, nicht gut genug diversifiziert ist. Nvidia selbst ist einfach von wenigen großen Tech-Werten an sich abhängig, die natürlich die ganz großen Milliarden in Nvidia mit reinpuppen. Da sehen wir beispielsweise, dass 45 Prozent des Umsatzes von Nvidia aus fünf Unternehmen bestehen. Microsoft aus 19 Prozent des gesamten Umsatzes, gefolgt von Meta mit zehn Prozent, Alphabet, Amazon, Tesla, sieben, sechs und drei Prozent des Umsatzes. Das heißt, wenn hier irgendwo mal irgendetwas schief geht, warum auch immer, oder ein großer, ich sag mal, Wettbewerber auf den Markt kommt, der sich weiterentwickelt hat, beispielsweise auch AMD oder auch andere, dann wird das Geschäft auch hier ein bisschen breiter aufgestellt. Aber das ist ja genau da, wo wir uns jetzt letztendlich aufstellen müssen, vielleicht die nächsten zwei, drei Jahre Nvidia unangefochten und kann das auch weiterhin vorantreiben mit starken Wachstumsraten. Das Zertifikat, was wir rausgesucht haben, UM0-ZG3. Der Hebel ist zwei und da wollen wir heute schauen, dass wir mal erste Droschen soweit aufbauen, weil ich durchaus optimistisch bin, dass wir die Tests der Rekordhückstände auch nochmal anvisieren. Liebe Zuschauer, wie seht ihr denn die Idee mit der Nvidia? Lasst es uns auch hier gerne in den Kommentaren wissen. Kommentiert auch gerne noch, was ihr von der DAX-Absicherung und von dem Nasdaq 100 allgemein haltet. Der letzte Wert für die heutige Sendung ist, Apple, habt ihr ja auch gestern im Livestream ein bisschen intensiver besprochen, Andreas, ist weiterhin bei euch auf dem Schirm vor dem Event am 9. September. Genau, also wir haben ja schon gesagt, dass sich hier so ein bisschen das Universum bei Apple verändert. Also man ist viel mehr wach geworden, was den KI-Bereich angeht, beziehungsweise man ist ein bisschen open-sourced geworden. Zwangsweise durch andere Unternehmen, zwangsweise durch eigene, langsame Entwicklungen. Nun kommt dieses Event am 9. September, wo Apple dann auch sicherlich ein paar neue Umsatzziele verkünden wird, mit den Neuerungen, die sie natürlich auch bei den Produkten, bei den Einzelprodukten haben, die dann für vor allem institutionelle Kunden mit dem KI-Einsatz, der dann über Apple möglich ist, über Apple-Produkte möglich ist, dann auch zum Ausdruck kommt. Und wir werden sehen, ob der Kurs dann eben etwas konsolidiert oder nach oben geht. Auf jeden Fall werden wir hier auch nochmal sondieren. Wir haben uns ja auch schon ein Zertifikat rausgesucht mit der Kennenummer ME7ZLW. Auch ein geplanter Kaufhebel 2, K.O.-Schwelle 114,52 US-Dollar. Und wie gesagt, wir lassen uns natürlich damit Zeit. Wir können natürlich auch nach dem Event dieses Zertifikat erst kaufen, weil es ja nicht unbedingt sicher ist, dass der Kurs danach steigt. Da könnte er auch fallen. Das heißt, wir werden dann entsprechend uns den Zeitpunkt natürlich noch aussuchen. Das wird ganz klar so sein. Genau, beziehungsweise um Viertel nach zwei heute zu unserem Livestream auch hier, wo wir nochmal dazu recht herzlich einladen. Möglicherweise auch vielleicht mal eine Tranche vor eins kommen. Also jetzt wirklich nach dem September abzuwarten. Ich würde schon gerne ein bisschen so bei the Rumors gehen, dass man sich vorzeitig positioniert. Gefällt mir Charttechnisch auch sehr, sehr gut. Aber das werden wir auch nochmal pro und contra in den Live-Sendungen dann 14.15 Uhr aufgreifen. Das können wir dann ja später einfach live hier vor der Kamera diskutieren. Dann bedanke ich mich bei euch beiden für die heutige Sendung. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Wie Samir es gerade schon angesprochen hatte, heute um 14.15 Uhr bei uns auf dem Kanal, bei Märkte und Trends Teil 2, werden wir uns nochmal die Apple anschauen. Dann wirklich auf den Paukenschlag, den es ja gestern bei Volkswagen gegeben hat, nochmal ein bisschen eingehen. Crowdstrike, Palantir und dem Bitcoin. Es bleibt auf jeden Fall interessant. Schaut bei uns vorbei bei Märkte und Trends. Auch die ganzen Anmelde-Links findet ihr hier in der Videobeschreibung. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch da mit dabei seid und freuen uns auf euch. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Vielen Dank.